Wir sind heute hier in der Kongresshalle und die IFA hat zum IFA-Media-Briefing eingeladen. Wir Journalisten können uns hier mal in aller Ruhe informieren, was die neuesten Trends und Entwicklungen bei der IFA im September sein werden. Ja, und ich sage, jetzt sind wir einfach mal gespannt, wen wir hier alles heute vor unsere Kamera bekommen und dann sehen Sie auch schon ein bisschen, was es auf der IFA Neues geben wird. Wir sind jetzt hier beim Stand von Sony und mein Gesprächspartner ist Gerrit Gehricke. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Was gibt es denn Neues bei Sony, wenn wir diesen Fernseher betrachten? Können Sie uns das mal in aller Kürze sagen? Ja, drei Dinge stehen bei uns bei den neuen Fernsehern im Vordergrund. Das ist einmal das Design, gerade bei dem X90C-Fernseher, den wir hier sehen, ist so schmal wie kaum ein anderer Fernseher im Markt, so schmal wie ein Mobiltelefon letztendlich nur. Dann der zweite Aspekt ist das Thema 4K, also die besonders hohe Auflösung, vierfache Full-HD-Auflösung für gestochen scharfe Bilder. Und der dritte Aspekt ist dann Android-TV, das bedeutet, unsere Fernseher basieren eben auf dem Betriebssystem Android und jeder, der ein Smartphone zu Hause hat, weiß direkt mit dem Fernseher umzugehen. Vor zwei Jahren war es noch, ja, das Smart-TV, das die Leute eben mit ihrem Fernseher an das WLAN-Netz zu Hause anschließen sollten. Und jetzt hat sich das weiterentwickelt. Ihre Firma hat gesagt, okay, wir gehen jetzt an, wir nehmen das Betriebssystem Android-TV auf unseren Fernseher. Ganz genau. Wir sind eben der festen Überzeugung, dass die Leute, die Fernseher nutzen wollen und gerade auch ins Internet mit den Fernsehern wollen, dass die keine Lust haben, sich an was Neues zu gewöhnen, sich dann womöglich auch schnell überfordert sind. Viele Apps, Menüstrukturen, viele Sachen, die sie von ihren anderen Geräten zu Hause nicht kennen. Wir glauben fest daran, dass die beste Möglichkeit ist, jemanden an das Thema Internet auf dem Fernseher heranzuführen, wenn man das so macht, dass er es auf den ersten Blick versteht. Neue ist ja auch, dass, wie gesagt, durch das Betriebssystem Android jetzt durch die einfache Anwendung auch die Fernseh-Apps beziehungsweise Video-Apps auf den Fernseher dann gekommen sind. Ganz genau so ist es. Es stehen im Prinzip fast alle Apps zur Verfügung, die Android bietet. Das ist eben nicht so, dass wir auf ein eigenes System setzen, wo jede App mühsam neu konfiguriert und geschrieben werden muss, sondern wir greifen direkt auf einen riesigen Pool von bestehenden Apps zurück und das ist aus unserer Sicht natürlich ein riesiger Vorteil. Wir haben uns jetzt hier mal eine App ausgesucht von der Vielzahl, die jetzt zur Verfügung steht. Das ist die bekannte App vom ZDF und vielleicht starten Sie einfach mal einen Beitrag, dass wir einfach mal sehen können, hier so ist vielleicht Dokumentation von der Arte, dass man mal sehen kann, wie die Qualität dann ist. Ganz genau. Damit steht und fällt das Ganze, dass eben auch die Qualität in einem angemessenen Rahmen angeboten wird. Jetzt fängt das schon so an zu laufen. Wir müssen sagen, das ist ein 4K-Gerät und wir haben ja eine Internetverbindung. Ja, das ZDF streamt das auch schon in HD, aber wahrscheinlich reicht die Verbindung jetzt nicht aus, sodass wir die unterste Stufe jetzt vom Streaming sehen. Das ist genau der Punkt. Natürlich steht und fällt die Qualität nicht nur mit dem Fernseher, sondern oft kann natürlich auch die anliegende Internetverbindung das Problem sein oder überhaupt die Qualität des Videos, wie es ins Internet gestellt wurde. Das heißt, die beste Qualität kann der Fernseher natürlich dann ausspielen, wenn man tatsächlich über Netflix eine 4K-Serie sich anschaut oder eine Blu-Ray-Disc über einen Blu-Ray-Player zuspielt. Da haben wir natürlich die optimale Qualität. Dann kann man aber auch noch mit dem Fernseher sagen, was man ganz gerne sehen will. Und da wir das Berlin-Fernsehen sind, können Sie ja mal von uns was suchen. Genau, das ist eben das Praktische. Man braucht irgendwie kein extra Keyboard mit Tastatur, um groß was zu suchen, sondern man nimmt einfach, wenn man möchte, die Fernbedienung, die optionale, die dabei liegt. Jetzt hat der Berlin-Fernsehen gesagt. Und ja, da sind schon einige Beiträge, beispielsweise Bundeswettbewerb Gesang von unserer Mediathek zu sehen. Und ja, Marathon von Berlin reicht jetzt. Ich bin da auch noch mal ganz kurz zu sehen. Das freut uns natürlich, dass wir schon unseren Zuschauern sagen können, wenn ihr uns auch in der Mediathek sehen wollt, dann gebt ihr einfach das so bei Google TV oder Android TV ein. Und dann kann man das so sehen. Perfekt, ganz genau so ist es. Können Sie denn sagen, was dieses zauberhafte Gerät ungefähr im Handel kosten wird? Also dieses Gerät, was wir hier haben, ist natürlich unsere Design-Ikone. Die liegt bei 55 Zoll bei 3.500 Euro. 65 Zoll, was ein Riesenfernseher ist, dann bei 4.500 Euro. Ich muss aber sagen, dass Android TV bei fast allen unseren Geräten drin ist. Also auch schon bei den Mittelklasse-Geräten in Full HD, die noch nicht die 4K-Geräte sind. Selbst bei denen ist Android TV mit drin und da steigt man schon mit wenigen hundert Euro ein und kann alle Dienste dann zu Hause ohne Probleme nutzen. Jetzt ist Stefan Düchtel mein nächster Gesprächspartner und er präsentiert uns etwas, wo wir erstmal sagen, hm, komisch, brauchen wir das überhaupt? Und zwar, dass man per Smartphone seine Tür öffnen kann. Also als ich Ihnen das vorhin dachte, wozu braucht man das eigentlich? Man hat doch einen Schlüssel. Das ist richtig. Es bietet aber natürlich einige Vorteile. Zum Beispiel kann man sehr, sehr leicht temporäre Zugänge vergeben. Das heißt, wenn ich den Nachbarn zum Blumengießen einen temporären Zugang für eine Woche geben möchte, ist das sehr leicht möglich. Und diesen Zugang kann ich natürlich auch... Vorhin haben wir ja dieses Ding hier gesehen und da dachte ich mir, echt erst dachte ich, das ist außen. Das Türschloss sieht ganz normal aus, ja? Richtig. Das heißt, wir haben hier die Außenseite der Tür. Die ist mehr oder weniger unverändert. Das heißt, wir haben nach wie vor hier unseren Zylinder, der rausschaut, mit einem Schlüssel. Das heißt, ich kann, wenn ich möchte, auch nach wie vor noch den guten alten Schlüssel verwenden. Und Sie sagten, wenn man jetzt in den Urlaub fährt oder der Handwerker kommt, dann könnte man eben Zeiten und Tage vergeben, wo die mit dieser Smart-App hinein können, ins Haus oder in meine Wohnung. Können Sie uns das mal zeigen hier auf dem Smart-Film? Sehr gerne. Auf dem Bildschirm? Also wir haben hier die verschiedenen Schlösser. Sehen jetzt auch, in welchem Zustand sich das Schloss befindet. Das heißt, wenn ich abends im Bett liege und möchte noch wissen, habe ich die Tür eigentlich versperrt, kann ich das hier nochmal sehen. Also ich sehe, die Tür ist geöffnet. Ich kann jetzt einfach einmal drücken, um die Tür zu verriegeln. Und dann geht es ja auch automatisch zu. Das sieht man dann ja auch wohl, ne? Richtig. Zeig das mal bitte, Olaf. Also vorhin hat es sich auf jeden Fall gedreht. Jetzt dreht sich das Schloss. Geht also zu oder auf, je nachdem. Und also dann ist die Tür zu oder auf, je nachdem, wie man das will. Und funktioniert das über das Internet oder wie funktioniert das? Das ist eine sichere Bluetooth-Verbindung. Also Bluetooth, das heißt, man muss natürlich auch Bluetooth eingestellt haben. Das ist richtig. Um das Schloss zu bedienen, muss Bluetooth aktiviert sein. Und jetzt steht mein Kind vor der Tür, heißt also, sagen wir mal, 6, 7, 8 Jahre alt, kommt aus der Schule, ruft mich auf mein Handy an und sagt, Papa, lass mich rein. Geht das auch schon? Das ist noch nicht möglich. Es funktioniert also nur, wenn man sich mit dem Gerät wirklich in der Bluetooth-Reichweite befindet. Man kann aber den Zugang von der Ferne gewähren. Das heißt, ich kann von unterwegs sagen, ich versende eine Einladung über das Internet, über eine SMS zum Beispiel oder per E-Mail an eine Person, die dann vor der Tür steht, die dann die Tür auch öffnen kann. Also selbst wenn mein Sohn oder meine Tochter das mal vergessen haben sollte, den Schlüssel, wäre das sozusagen die zweite Möglichkeit, dass die Oma oder die Mutter oder ein Hausbewohner da zur Hilfe eilen kann. Das ist also sehr praktisch. Zeigen Sie das mal mit dem Handwerker und so. Das hatten Sie uns ja gezeigt. Also wir können hier die Benutzer verwalten. Hier sehe ich schon mal, welche Benutzer alle Zugriff haben auf die Tür. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Invite Guest, die App wird noch auf Deutsch übersetzt, wählen, ob ich einen permanenten Zugriff gewähren möchte, den ich auch jederzeit wieder entziehen kann. Einen wiederkehrenden, wo ich nur bestimmte Wochentage zu bestimmten Zeiten den Zugriff gewähren kann. Oder einen temporären, wo ich sage, beispielsweise morgen von 13 bis 14 Uhr hat die Person Zugriffsrecht. Und dann hatten Sie mir auch vorhin noch gesagt, man kann da auch sehen, die Besucherliste, die kann man auch sehen. Richtig. Wir können es ja mal zeigen. Ich habe hier auch ein Logbuch, wo ich sehen kann, wer die Tür wann verriegelt und entriegelt hat. Und da erschließen sich natürlich auch andere Möglichkeiten. Möglichkeiten, beispielsweise für sicherheitsrelevante Bereiche. Kleine Betriebe können sich vielleicht nicht solche großen Sicherheitseinrichtungen leisten. Aber damit würde das dann möglich werden? Damit ist es möglich. Schon für 229 Euro. Ja. Also auch 5a Einsheim zum Beispiel oder so. Und das ist ja dann kein Preis mehr. Können Sie uns sagen, über welche Internetseite Sie zu erreichen sind? Ja, über smartlog.de oder auch danalog.de. Und dann wünschen wir Ihnen viele neue Kunden. Dankeschön. Jetzt habe ich Martin Vesper hier an meiner Seite. Und er ist von Digitalstrom. Digitalstrom, was machen Sie? Wir vernetzen alles im Haus. Das heißt, alle Leuchten, Taster, Jalousien, alles wird vernetzt, sodass das Zusammenspiel rein elektronisch ist. Das machen wir hier mit dieser kleinen Klemme. Die kann sechs Dinge. Sie kann Strom schalten, dimmen und messen. Da ist ein kleiner Rechner drauf, ein Datenspeicher und der redet über die Stromleitung. Damit ist das auch nachträglich in jedem Haus möglich. Nun ging das ja, sage ich mal, über 100 Jahre nun auch so mit Handbetrieb. Weshalb sollte ich mir das jetzt ins Haus holen? Das gibt es so drei wesentliche Gründe. Eine Vereinfachung im Bereich des Komfort, der Einfachheit. Ich kann gesteckte Leuchten genauso mit betreiben als andere. Das zweite ist der Bereich Sicherheit. Dinge wie eine Anwesenheitssimulation ist ganz einfach machbar. Auch der Bereich, wenn ich das Haus verlasse, alle Lichter, alle Geräte gehen aus. Das können Sie uns ja jetzt nochmal zeigen. Sie haben ja schon ein bisschen hier aufgebaut. Also ich kann jetzt hierher gehen und zum Beispiel Licht, einfach ein Licht machen, kann aber auch einen Doppelklick machen, dann gehen die gesteckten Leuchten mit an. Oder wenn ich dann auf dem Sofa sitze, bin ich in der Lage, nicht nur hier das Licht auszumachen, sondern langes drücken und dann das Licht im Raum auszumachen oder auch an. Und drücken Sie auf ein Tablet oder wo machen Sie das? Hier auf dem Taster. Weil das meiste im Haus wird man weiter über Taster machen, weil das viel schneller geht. Das Tablet ist da, um gewisse übergreifende Funktionen zu machen. Zum Beispiel alles im Haus, alle Jalousien runterzulassen oder so, das kann man darüber machen. Oder eben über Sprache zu steuern, was für Leute, die mit Einschränkungen sind, zum Beispiel in Rollspielen. Und kann man, sag ich mal, wenn man jetzt sich außerhalb des Hauses befindet, sagen, soll jetzt das Licht eingeschaltet werden? Das ist unabhängig davon, ob Sie im oder mal aus dem Haus sind. Ich kann immer mit dem Haus reden und kann das darüber steuern. Also das heißt, wenn ich das jetzt über das Smartphone mache, bin ich in der Lage, ob das jetzt hier ist oder 100 Kilometer entfernt, genau das Gleiche zu tun. Das Stichwort ist also Komfort und Sicherheit. Deswegen sollte man sich das oder kann man sich das zulegen. Aber auch wer körperbehindert ist, dem erleichtern Sie damit das Leben. Da haben Sie auch ein bisschen was. Ja, also es gibt natürlich da unterschiedliche Einschränkungen, die Menschen haben. Grundsätzlich dadurch, dass man von überall aus in der Lage ist zu steuern, kann das eben auch aus einem Rollstuhl geschehen. Das zeigen wir auch auf der IFA selber dann, wie ich mit der Rollstuhlsteuerung auch im Haus eben alles bedienen kann, wie ich ganze Abläufe eben machen kann, was das Leben für die Leute erneutert. Ich merke, Sie reden auch ein bisschen wie ein Wasserfall. Da merke ich auch, das würde vielleicht manchen Verbraucher überfordern. Was sagen Sie den Leuten? Also die müssen sich das erstmal in Natur alles angucken. Also die können es sich angucken, aber sie können auch ganz normal einfach mit Tastern beginnen. Sie haben jetzt gefragt, kann man dieses oder jenes, dann erklären wir das. Aber am Anfang fängt man an, das ist vernetzt und man benutzt ganz normal den Taster. Dann fängt man vielleicht ein, das ein oder andere mit dem Smartphone zu machen. Und wir sind jetzt schon so sehr weit gegangen, was ist denn möglich? Für den, der jetzt eine eingeschränkte Situation hat, der fängt vielleicht gerade damit an, weil er es ihm Möglichkeiten eben schafft, etwas zu steuern, was der andere kann nicht an. Das hängt eben, wie gesagt, immer von der Art der Einschränkung an, wenn wir über den Bereich reden. Jetzt haben wir gleich noch eine Überraschung und bleiben Sie dran. Hier ist unsere Überraschung und das ist ein Tesla-Fahrzeug. Das Tesla-Fahrzeug ist natürlich ein Elektrofahrzeug, ein Elektroauto. Weshalb haben Sie den mitgebracht? Das hat eigentlich einen wesentlichen Grund. Wir zeigen nämlich mit dem Tesla, dass man auch aus dem Auto alles letztendlich steuern kann. Wir gehen mal eben hier rein. Jetzt sitzen wir hier in dem Auto drin und Tesla ermöglicht eben, dass man dort Dinge einbindet. Das haben wir hier gemacht, dass ich auch aus dem Auto heraus Dinge eben steuern kann. Das kann sein, dass ich sage, ja, ich habe jetzt das Haus verlassen. Ich gehe oder ich bin gerade angekommen, damit ich mit entsprechendem Licht begrüßt werde, Garage öffnen oder Ähnliches. Das kann der Kunde komplett selber definieren, was denn im Einzelnen passieren soll. Und in dem Moment, wenn ich das eben drücke, dann wird das ausgeführt und das dauert dann eine Sekunde und dann ist das im Haus erledigt. Dann seien wir also gespannt, was uns da in der Zukunft alles erwartet. Und ja, ob es auch in anderen Automodellen verfügbar sein wird. Bin ich sicher. Jetzt haben wir Lutz Hader von Philips hier an unserer Seite. Was gibt es denn jetzt Neues bei Philips im Bereich Fernseher? Neues gibt es bei uns, wie man auch hier sieht, wenn Sie mal umschwenken möchten, gerne unser Android L. Das ist auch aufgebaut in den verschiedenen Shells, wie man hier sieht. Unsere Philips-Kollektion, Apps, einige sind vorinstalliert, andere kann man sich selber auch aus dem Google Play Store installieren. Kleines Beispiel, wir gehen jetzt da rein. Ich habe vorhin natürlich schon das Profil eingerichtet und hier sind dann auch flüssig, es läuft. Man kann sich die Apps aussuchen, die man gerne installieren möchte. Kann auch gerne, da sind auch Spiele, wie gesagt, alles aufgeteilt. Da kommt man auch jetzt, wenn ich wieder zurückgehe. Also man kann nicht nur Fernsehen, sondern auch Spiele machen an dem großen Fernsehschirm. An der ARD-Mediathek, wenn ich jetzt die Tagesschau vergessen habe, Tagesschau in 100 Sekunden, ist alles hier. YouTube sehen, ich gehe jetzt mal auf YouTube rauf. Also alles, was Sie mit Android auf Ihrem Smartphone machen können, können Sie ja auch machen. Natürlich funktionieren nicht alle Apps, das muss man ja auch sagen, weil man zum Beispiel... Zeigen Sie mal diese Brillanz, die da auch schon möglich geworden ist bei YouTube. YouTube macht ja auch schon 4K mittlerweile, ne? Der ist das hier jetzt auch teilweise, man sieht es, das ist eine Aufnahme in 4K, der ist es da am Hochrechnen. Und wenn man sich das anschaut, klasse. Wenn ich nochmal zurückgehe, nochmal auf die Schelves komme, dann hat man hier unten auch noch eine Aufteilung auf die Spiele, welche Spiele es gibt, welche vorinstalliert sind. Kann dann natürlich jetzt hier hinten einen Game Controller anschließen. Und könnte dann auch über Controller hier dann noch den Spielspaß nutzen. Und Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie auch beim Audio was gemacht haben, das Audio-mäßig. Eigentlich hier, auch wenn man sich das Gerät nochmal anguckt, das ist unser 7150er. Der hat hier unten ein Soundbar. Wir haben auch viele Lösungen, wo es Backfire, Frontfire natürlich gibt. Der hat jetzt den integrierten Soundbar. Und deswegen ist da halt auch, ich meine bei den dünnen Geräten ist es natürlich auch nicht immer so einfach, einen ordentlichen Sound rauszubekommen. Und da wird jetzt, da kommt ein guter Sound raus. Jetzt können wir mal wieder aufs allgemeine Fernsehbild wieder zurückgehen. Und ja, wir sind da auch drin zu finden. Natürlich. Berlin Fernsehen. Dann gucken wir doch mal bei YouTube. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Ja. Das ist ganz normal auch mit unserer Tastatur. Ganz einfach, ich drehe die jetzt gleich mal um. Ja. So, gehen wir auf die Suche, drehe die Tastatur um und kann dann jetzt hier... Das ist ja eine tolle Tastatur, das ist ja... Hinten Berlin, fern, ja. Da war schon, unser Logo ist da schon zu sehen. Und vielleicht hier die Dame beim russischen Fest hier. So, und da spielte das jetzt ab. Und wie Sie hatten mir vorhin gesagt... Er rechnet das dann aufgrund, natürlich je nachdem, wie die Bandbreite ist, bei YouTube ja auch. Und dann schaut er sich das an und rechnet das Bild dann hoch. Also das sieht man auch gleich, dass es noch, das Bild gleich ein bisschen besser wird. Das ist Veronika, unsere Reporterin vom russischen Fest, deutsch-russischen Fest in Karlshorst vor zwei Wochen. Und es wird, Sie werden gleich sehen, es wird auch dann schärfer werden. Und er rechnet und rechnet. Ja, für uns ist es sehr interessant, dass das alles technisch so möglich geworden ist. Und jetzt können wir mal schauen. Dann sieht man jetzt zwar mich in aller Bescheidenheit, aber man sieht, dass es jetzt schärfer geworden ist und dass das hochgerechnet hat. Genau. Und so sieht das Bild ja schon gar nicht so schlecht aus. Das ist ja ein Fernseher, der vieles kann. Besonders gut finde ich, dass man hier eine Tastatur hat, die doch handlich ist, die man auch bedienen kann. Weil ich persönlich kann immer das auf diesen Tablets immer so schwer eingeben. Bei uns ist natürlich auch zu bemerken, deswegen steht ja auch in so einem Kasten drin, das Ambilight. Das ist auch hier ein gutes Video zum Vorführen. Ist immer, Moment, gucken wir jetzt mal gerade, was hat man denn für einen Verlauf. So, da ist es schon hier die, da sieht man jetzt natürlich schön im Hintergrund, wie das Ambilight mitspielt. Ja, das ist natürlich die optische Bereicherung bei Ihrer Fernsehmarke. Natürlich, dafür Ambilight, dafür kennt man uns auch, unter anderem. Wie viel wird denn dieses neue Fernsehgerät in etwa kosten? Der 7150er, das kann ich noch nicht sagen. Der kommt erst noch auf den Markt, aber relativ kurzfristig, also in zwei, drei Wochen kann man wahrscheinlich damit rechnen. Genauso um die Ecke ist der 7600er, den könnten Sie sich auch nochmal angucken. Das ist unser Flaggschiff und da, ja, das kann ich noch nicht. Man kann so sagen, ungefähr so 2.000, 3.000 Euro. Ungefähr, 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 ja. Ja, dann wissen wir, was es Neues bei Philips gibt und vielleicht haben Sie ja Lust, sich das dann mal in einem oder anderen Elektronikmarkt anzuschauen oder beim Händler Ihres Vertrauens um die Ecke. Das waren Gespräche und Informationen hier vom IFA Media Briefing aus der Berliner Kongresshalle. Wir haben das erfahren, was in Zukunft als Verbraucher auf uns zukommen wird. Und ja, die Zukunftsaussichten sind vielfältig. Schauen wir mal, was dann auch wirklich Realität wird. Vielen Dank.